Brownie Mit einem Knarren fiel die Tür wieder hinter ihnen zu. Durch ein schmutziges kleines Fenster und durch zahllose Ritzen in den Wänden drang Licht in die Scheune. Dennoch war es ziemlich düster hier drin. Allerhand Gerümpel lag herum, wie Bibi schemenhaft erkennen konnte. Plötzlich bewegte sich etwas, ganz hinten, im dunkelsten Winkel. Die Dreifichen erschrocken zurück, bis sie erkannten, dass es tatsächlich ein Pferd war. Genauer gesagt, ein Fohlen. Nein. Bibi trat vorsichtig näher. Es war ein braunes, kräftiges Tier mit einer herzförmigen Blässe auf der Stirn, das mit einem roten Pferdestrick an einem Balken festgebunden war. Was machst du denn hier, mein Kleiner? fragte sie leise. Das Fohlen wich nicht zurück. Im Gegenteil, es ließ sich sogar bereitwillig von Bibi streicheln. Das gefällt dir wohl, du Süßer. Auch Tina und Alex streichelten das Tier. Wie ist es bloß hierher gekommen? überlegte Tina. Ihre Augen hatten sich inzwischen an das Dämmerlicht gewöhnt. Sie blickten sich um. Die Scheune war seit Ewigkeiten nicht mehr benutzt worden, das sah man sofort. Alte Gerätschaften wie Holzrechen und Dreschfliegel lehnten an den Wänden. Neben dem Eingang lag ein uralter, eiserner Pflug. Eine wackelig aussehende Leiter führte zu einem Heuboden hoch. Dicke Spinnweben, in denen sich der Staub von Jahren gefangen hatte, hingen in allen Ecken. Trotzdem musste erst vor kurzem jemand hier gewesen sein und das Fohlen zurückgelassen haben. Abgemagert oder erschöpft wirkte es jedenfalls nicht. Ich vermute, das Fohlen wurde hier ausgesetzt, sagte Alex. Ausgesetzt, wiederholte Tina. Wie kommst du denn darauf? Seht euch mal seine Beine an, erwiderte Alex. Oh Mann, die sind ja ganz schief und krumm, sagte Bibi erschrocken. Richtige X-Beine. Tina runzelte die Stirn. Und deswegen soll es jemand ausgesetzt haben? Kann doch sein, erwiderte Alex. Vielleicht war es für seinen Besitzer wertlos und er wollte es loswerden. Aber so ein süßes Fohlen! Es wäre verhungert oder verdurstet, wenn wir nicht... Tina war so empört, dass sie gar nicht weiterreden konnte. Ein Glück, dass wir vorbeigekommen sind, sagte Bibi. Wir nehmen den Kleinen mit, dann bekommt er ein neues Zuhause auf dem Martinshof. Ja! Tina nickte entschlossen. Das machen wir. Lasst uns am besten gleich aufbrechen, schlug Alex vor. Wer weiß, wie schnell wir mit dem Fohlen vorankommen. Es war schon Nachmittag und um diese Jahreszeit wurde es sehr früh dunkel. Bibi löste den roten Pferdestrick, mit dem das Tier angebunden war. Komm, mein Kleiner, wir bringen dich zum Martinshof. Dort wird es dir gefallen. Ob das Fohlen sie verstanden hatte? Jedenfalls folgte es ihnen bereitwillig nach draußen. Als Sabrina es sah, kam sie ihnen sofort entgegen und stupste das Kleine zärtlich mit der Schnauze an. Ich glaube, Sabrina will Brownie adoptieren, sagte Bibi. Brownie? Fragte Alex. Naja, er ist braun und sieht total süß aus. Brownie passt doch zu ihm, oder? Auch Tina und Alex fanden, dass Brownie ein guter Name für das Fohlen sei. Zumindest, bis sie wussten, wie es wirklich hieß. Die drei stiegen in die Sättel und ritten los. Bibi führte Brownie an seinem roten Pferdestrick hinter sich her. Tatsächlich kamen sie nur sehr langsam vorwärts, wie Alex vermutet hatte. Bereits ein leichter Trab überforderte das Fohlen. Sie mussten die ganze Zeit im Schritt reiten und viele Pausen machen. Langsam sank die rosa-rote Sonne im Westen. Die Dämmerung breitete sich wie eine graue Decke über die Landschaft und die Kälte kroch ihnen durch die Kleider. An einer Abzweigung verabschiedete sich Alex. Er musste zum Schloss zurück und galoppierte los. Nach wenigen Metern hatte ihn die Dunkelheit verschluckt. Als auch der Hufschlag von Maharaja verklungen war, ritten Bibi und Tina langsam weiter. Mutti wird vielleicht Augen machen, sagte Tina nachdenklich. Hoffentlich erlaubt sie, dass Brownie bei uns bleibt. Es war stockfinster, als sie den Hof erreichten. Dabei war es erst sechs Uhr abends. Frau Martin deckte gerade den Tisch für das Abendessen, als Tina in die Küche trat. Da seid ihr ja, rief sie. Ihr wart ja ziemlich lange unterwegs. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Erst jetzt bemerkte sie, dass Tina alleine war. Wo ist denn Bibi? Ist etwas passiert? Mutti, sagte Tina vorsichtig. Kommst du bitte mal mit? Frau Martin folgte ihrer Tochter mit schnellen Schritten nach draußen und atmete erleichtert auf, als sie Bibi im Hoflicht stehen sah. Überrascht blickte sie auf das Fohlen, das neben der kleinen Hexe stand. Sie trat näher und streichelte das Tier. Du bist aber ein Hübscher. Vorher, das ist Brownie, unterbrach Tina sie. Wir haben ihn unterwegs gefunden. Gefunden? Aber wem gehört er denn? Das wissen wir nicht, sagte Bibi. Wir wissen nicht mal, ob er wirklich Brownie heißt. Die beiden berichteten, wie sie das Fohlen in einer alten Feldscheune entdeckt hatten. Vermutlich wurde der Kleine ausgesetzt, meinte Bibi. Wegen seiner krummen Beine. Frau Martin beugte sich nieder, um Brownies Vorderläufe zu begutachten. Also, ich bin ja keine Expertin, sagte sie schließlich. Aber ich glaube, dass sich das heilen lässt. Echt? rief Bibi hoffnungsvoll. Tinas Mutter nickte. Solche Fehlstellungen kommen bei Fohlen häufiger vor. Solange das Wachstum noch nicht abgeschlossen ist, lassen sie sich normalerweise gut behandeln. Ich rufe sofort Robert an, schlug Tina vor. Dr. Robert Eichhorn war der Tierarzt von Falkenstein und ein guter Freund von ihnen. Moment, bremste Frau Martin ihre Tochter. Heute ist der zweite Weihnachtsfeiertag, da arbeitet nicht einmal unser Dr. Eichhorn. Außerdem braucht man für solche Sachen eher einen guten Hufschmied. Einen Hufschmied? Wunderte sich Bibi. Ja, der passt dem Fohlen spezielle Hufeisen oder Hufschuhe an, erklärte Frau Martin. Fehlstellungen der Beine lassen sich nämlich am besten über die Hufe korrigieren. Dann bringen wir Brownie eben morgen zu Herrn Jahnke, sagte Tina. Herr Jahnke war der Hufschmied von Falkenstein. Doch auch damit war Frau Martin nicht einverstanden. Erst einmal solltet ihr herausfinden, wem das Fohlen überhaupt gehört, sagte sie. Bringt die Pferde in den Stall. Anschließend gibt es Abendessen und dabei besprechen wir alles. Bibi und Tina taten, was sie gesagt hatte. Brownie brachten sie mit Sabrina und Felix in einer Box unter. So war das Fohlen in der fremden Umgebung nicht ganz allein. Kurz darauf saßen sie mit Frau Martin am Küchentisch. Es gab ein einfaches Abendbrot und dazu heißen Tee. Wie sollen wir denn herausfinden, wem das Fohlen gehört, überlegte Tina. Ihr könntet Zettel aufhängen, schlug ihre Mutter vor. Aber wenn Brownie ausgesetzt wurde, wird sich der Besitzer kaum freiwillig melden, gab Bibi zu bedenken. Vielleicht finden wir in der Scheune noch einen Hinweis, meinte Tina. Ja, gute Idee, stimmte Bibi zu. Wir haben uns dort gar nicht genau umgesehen. Wenn der Besitzer zum Beispiel etwas verloren hätte, könnte ich mit einem Hexspruch ganz leicht herausfinden, wo er wohnt. Ich würde gern mal ein ernstes Wörtchen mit dem Typen reden, sagte Tina grimmig. Ein Fohlen auszusetzen, das ist wirklich. Erst einmal ist das nur eine Vermutung, unterbrach sie ihre Mutter. Aber die Idee mit der Scheune finde ich trotzdem gut. Gut, anschließend sehen wir weiter. In diesem Moment klingelte das Telefon. Tina sprang sofort auf. Das ist bestimmt Alex. Er wollte Bescheid sagen, ob er morgen Zeit hat. Bibi schoss der Gedanke durch den Kopf, dass es auch Hannah sein könnte. Das Mädchen, das sie gestern im Zug getroffen hatte. Doch als Tina zurückkam, stellte sich heraus, dass beide mit ihren Vermutungen falsch gelegen hatten. »Es war Holger«, sagte Tina. »Wir sollen ihn morgen Nachmittag vom Bahnhof abholen.« Mit einem Knall stellte Frau Martin ihre Teetasse auf den Tisch. »Holger? Ist ihm etwas passiert?« »Nichts Schlimmes, Mutti.« Tina setzte sich wieder zu ihnen an den Tisch. »Er ist umgeknickt. Sein Fuß braucht ein bisschen Schonung und Skifahren fällt erst einmal aus. Außerdem vermisst er uns,« hat er gesagt. »Oh, wirklich?« Auf Frau Martins Gesicht breitete sich langsam ein zufriedenes Lächeln aus. »So können wir ja doch alle zusammen Silvester feiern.« Wo ist Jimmy? Hannah hatte in dieser Nacht kaum ein Auge zugetan. Immer wieder waren ihr die Ereignisse des Vortags durch den Kopf geschwirrt und hatten sie vom Schlafen abgehalten. Sobald ihr Großvater in den Wald gefahren war, war sie auf die Koppel gerannt, hatte Jimmy einen hübschen roten Pferdestrick umgebunden und ihn daran zu der Scheune geführt. Dort war sie so lange wie möglich bei ihm geblieben, hatte ihn gestreichelt und ihm immer wieder erklärt, warum sie keine andere Wahl hatte, als ihn gleich hier allein zurückzulassen. Aber ob Jimmy das verstanden hatte? Hannah war sich nicht sicher. Denn als sie gehen wollte, lief er ihr sofort hinterher. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als ihn mit dem Pferdestrick an einem Balken festzubinden. Traurig blickte Jimmy ihr nach. »Morgen komme ich wieder«, rief sie. »Versprochen.« Mit einem Ruck schloss sie die Tür und schob den Riegel vor. Als ihr Großvater am Nachmittag aus dem Wald zurückkam, bat er sie, Mathilda zu säubern und anschließend auf die Koppel zu bringen. Er selbst wollte das Holz abladen, das er im Wald mit der Motorsäge in Stücke geschnitten hatte. Also kümmerte Hannah sich um Mathilda. Sie striegelte ihr seidiges Fell, bis es glänzte, kämmte ihr Mähne und Schweif aus und reinigte sorgfältig ihre Hufe. Endlich brachte sie die Stute auf die Koppel. Ihr Großvater hatte noch immer nicht gemerkt, dass Jimmy weg war. Er hatte in der Zwischenzeit das Holz in einer Ecke des Hofes zu einem Stapel aufgeschichtet und es mit einer Plane bedeckt, damit es nicht nass wurde, falls es regnete oder schneite. »Großvater! Jimmy ist verschwunden!«, rief Hannah in gespielter Aufregung, als sie zurückkam. »Ich muss wohl vergessen haben, das Gatter zu schließen, und da ist er weggelaufen!« Immer wieder hatte sie diesen Satz geprobt, damit sie auch überzeugend klang. Ihr Großvater warf ihr einen prüfenden Blick zu. Dann folgte er ihr zur Koppel, um selbst nachzusehen. »Weißt du, wo Jimmy sein könnte?«, fragte er. Hannah spürte, wie ihr die Röte ins Gesicht schoss. Sie fand es furchtbar, ihren Großvater belügen zu müssen, aber jetzt konnte sie nicht mehr zurück. »Keine Ahnung!«, sagte sie. »Du kannst morgen nach ihm suchen«, erwiderte ihr Großvater. »Heute ist es zu spät. Es wird schon gleich dunkel.« Hannah nickte. Es war überraschend einfach gewesen, ihren Großvater hinters Licht zu führen. Nun hatte sie sogar einen Vorwand, um morgen nach Jimmy zu sehen. Kurze Zeit später aßen sie zu Abend und anschließend ging Hannah gleich in ihr Zimmer. Sie hatte behauptet, müde zu sein, aber in Wirklichkeit wollte sie alleine sein. Schlafen konnte sie lange nicht. Sie machte sich solche Sorgen um Jimmy. Wie es ihm wohl ging, so ganz allein in der Scheune. Bestimmt hatte er furchtbare Angst. Ob es richtig gewesen war, ihn dort zu verstecken? Aber was hätte sie sonst tun sollen? Als Hannah am nächsten Morgen in die Küche trat, stand ihr Großvater am Herd und briet Spiegeleier. »Du solltest aufbrechen und nach Jimmy suchen«, sagte er, als sie mit dem Frühstücken fertig waren. »Nimm Mathilda, dann bist du schneller.« Hannah ging in die Vorratskammer und packte ein paar Äpfel ein. Jimmy würde hungrig sein. Anschließend lief sie zur Koppel, um Mathilda zu holen. »Wir reiten zu Jimmy«, sagte sie, als sie die Stute sattelte. »Gleich siehst du deinen Fohlen wieder.« Ihr Großvater hackte Holz, als sie vom Hof ritt. Er nickte ihr nur kurz zu. Irgendwie hatte Hannah das dumme Gefühl, dass er genau wusste, was sie getan hatte. Sie trieb Mathilda an. In scharfem Trab ritten sie den Feldweg entlang. Sie wollte möglichst schnell bei Jimmy sein. Schließlich hatte sie die Scheune erreicht. Hastig stieß sie den Riegel an der Tür zurück. »Jimmy, ich bin's«, rief sie. »Matilda und ich kommen dich besuchen.« Sie trat ein. »Jimmy?« »Wo war das Fohlen?« »Jimmy?«, rief sie abermals. Hannah suchte die ganze Scheune ab, obwohl sie natürlich wusste, dass es vergeblich sein würde. Ein Fohlen war schließlich keine Maus, die sich überall verstecken konnte. Endlich gab Hannah auf. Ihr Herz klopfte wie verrückt. Jemand musste gekommen sein und Jimmy mitgenommen haben. Aber wer? Und wo war Jimmy? Zufällig fiel ihr Blick aus dem trüben Fenster und sie erschrak. Reiter kamen über die Wiese. Wollten sie etwa hierher? Zur Scheune? Warum? Ob sie etwas mit Jimmys Verschwinden zu tun hatten? Die Hufschläge näherten sich. Hannah beschloss sich zu verstecken, oben auf dem Heuboden. Dort hatte sie früher oft gespielt. Sie stürzte zur Leiter. Doch als sie auf die dritte Sprosse stieg, zerbrach diese krachend. Hannah konnte sich gerade noch festhalten. Doch die restlichen Sprossen hielten zum Glück. Endlich war sie oben und warf sich flach auf den Heuboden. In diesem Augenblick öffnete sich die Tür. Der alte Brummer Gleich nach dem Frühstück brachen Bibi und Tina auf. Raureif bedeckte den Boden und Nebelschwaden schwebten über die Felder und Wiesen dahin wie Gespenster. Es war ein wunderschöner Ritt zu der alten Scheune. Leider hatte Alex nicht mitkommen können. Sein Vater war mit dem Zustand des Schlittens nicht zufrieden gewesen und Alex musste ihn mit einer Politur für antike Möbel noch einmal behandeln. Als Bibi und Tina die Wiese überquerten, an deren Ende die Scheune stand, bemerkten sie ein großes braunes Pferd, das dort weidete. Ist das nicht das Pferd vom Bahnhof, wunderte sich Bibi. Das von dem Typen, der über die Straße gegangen ist, ohne links und rechts zu gucken. Ja, genau, Bibi nickte. Könnte schon sein, meinte Tina stirnrunzelnd. Aber was will der hier? Das Tier war gesattelt und gezäumt, also musste sein Reiter in der Nähe sein. War der Mann vielleicht sogar in der Scheune? Bibi und Tina stiegen von ihren Pferden und gingen leise um das Gebäude herum. Als sie das offene Riegelschloss bemerkten, warfen sie sich einen bedeutungsvollen Blick zu. Tina stieß die Tür auf und sie traten ein. Doch die Scheune war leer. Oder es war zumindest niemand zu sehen. Vielleicht, flüsterte Tina. Mit einer Kopfbewegung wies sie auf die Leiter, die zum Heuboden hinaufführte. Eine der Sprossen war zerbrochen. Versteckte sich der Mann etwa da oben? Tina legte den Zeigefinger an die Lippen, um Bibi zu bedeuten, ganz leise zu sein. Sie trat an die Leiter heran, setzte vorsichtig einen Fuß auf die erste Sprosse und stemmte sich hoch. Im nächsten Moment war ein lautes, splitterndes Geräusch zu hören. Autsch! schrie Tina und stürzte zu Boden. So ein Mist! Die Sprosse war gebrochen. Diese Leiter war wirklich lebensgefährlich. Hast du dich verletzt? Sofort war Bibi bei ihrer Freundin. Nein, alles in Ordnung. Tina rappelte sich schon wieder auf. Die beiden blickten zum Heuboden hinauf. Kein Geräusch war von dort oben zu hören. Falls da oben wirklich jemand ist, muss er nun eben zu uns herunterkommen, sagte Bibi. Sie hob beide Arme. Ene mene alte Kutsche? Aus der Leiter wird ne Rutsche. Ene mene frisch und munter? Wer oben ist, der rutscht jetzt runter. Hex, Hex! Ein lautes Pling-Pling ertönte und Hexsternchen sprühten. Sie formten sich zu einer dichten, funkelnden Wolke, die langsam in der Dunkelheit des Heubodens verschwand. Ein überraschter Aufschrei war zu hören. Die funkelnde Wolke tauchte wieder auf und schwebte über die Rutsche. Plötzlich plumpste jemand aus der Wolke und schoss die Rutschbahn herunter. So groß war der Schwung, dass dieser jemand über den Rand der Rutsche katapultiert wurde und vor den Füßen der Mädchen auf dem Hosenboden landete. Es war aber nicht der Mann vom Bahnhof. Hanna! Rief Bibi überrascht. Was machst du denn hier? Ich, also ich... Hanna verstummte. Ich spiele hier. Und warum hast du dich vor uns versteckt? Fragte Tina zweifelnd. Na, ich wusste doch nicht, wer ihr seid. Und als auf einmal Reiter kamen, habe ich mich eben erschrocken. Hanna rappelte sich auf und setzte sich auf den Rand der Rutsche. Was wollt ihr eigentlich hier? Wir suchen jemanden, sagte Bibi. Jemanden, der ein Fohlen ausgesetzt hat, ergänzte Tina. Wenn wir den erwischen, kann er was erleben. Plötzlich sprang Hanna auf. Aber ich habe Jimmy doch nicht ausgesetzt, rief sie. Ich habe ihn versteckt. Wisst ihr, wo er ist? Wie geht es ihm? Sie schlug die Hände vors Gesicht und begann zu schluchzen. Ich habe mir solche Sorgen um Jimmy gemacht. Beruhigend legte Bibi ihr die Hand auf die Schulter. Deinem Fohlen geht es gut, sagte sie. Hanna, erzähl uns doch einfach, was passiert ist. Hanna nahm die Hände herunter und blickte die beiden aus feuchten Augen an. Gut, nickte sie. Endlich sprudelte alles aus ihr heraus. Dass ihr Großvater Jimmy wegen seiner krummen Beine hatte verkaufen wollen und sie das Fohlen gestern hier versteckt hatte, um das zu verhindern. Und dass sie furchtbar erschrocken gewesen sei, als Jimmy plötzlich verschwunden war. Brownie, äh, Jimmy ist bei uns, sagte Bibi. Tina und sie berichteten, wie sie das Fohlen gestern in der Scheune entdeckt und mitgenommen hatten. Meine Mutter meint, Jimmy braucht nur spezielle Hufeisen, um wieder normal laufen zu lernen, sagte Tina. Echt? Hoffnung blitzte in Hannas Augen auf. Doch dann schüttelte sie den Kopf. Selbst wenn das möglich wäre. Großvater will ihn weggeben, entgegnete sie mutlos. Du musst unbedingt mit deinem Großvater reden, Hanna, sagte Bibi eindringlich. Jimmy kann wieder gesund werden. Wenn du ihm das erklärst, denkt er bestimmt anders über die Sache. Nein, ihr kennt meinen Großvater nicht. Wenn er sich einmal zu etwas entschieden hat, kann ihn keiner mehr umstimmen. Vielleicht sollten Tina und ich es mal versuchen, lenkte Bibi ein. Wo wohnt ihr eigentlich? Und wie heißt dein Großvater? Er heißt Siegfried Brummer, sagte Hanna. Und er wohnt hier gleich in der Nähe, den Feldweg hoch und von dort aus die erste Abzweigung links. Trotz der ernsten Lage konnte Tina sich ein Grinsen nicht verkneifen. Echt? Dein Großvater heißt Brummer? Der Name passt gut zu ihm, oder? Der alte Brummer. Ja, aber er heißt tatsächlich so. Selbst Hanna musste auf einmal lächeln. Sie richtete sich gerade auf. Ihr habt recht, sagte sie. Ich muss mit ihm reden. Vielleicht kann ich ihn ja doch überzeugen. Wenn du willst, kommen wir gleich mit, bot Bibi ihr an. In diesem Augenblick war ein lautes Knarren zu hören. Erschrocken fuhren Bibi, Tina und Hanna herum. Im Türrahmen stand eine Gestalt, die sie im Gegenlicht nicht genau erkennen konnten. Doch die drei wussten sofort, wer es war. Erster Schnee Den Weg könnt ihr euch sparen. Der alte Brummer trat in die Scheune. Jimmy kommt weg und damit basta. Finster blickte er Bibi und Tina an. Wo ist er? Wo habt ihr ihn hingebracht? Sein Gesicht war gerötet. Vor Kälte oder vor Zorn, das ließ sich schwer sagen. Das verraten wir nicht, erwiderte Tina trotzig. Sie stemmte ihre Hände in die Hüften. Es ist eine riesige Gemeinheit von ihnen, Jimmy einfach wegzugeben. Bloß weil er krumme Beine hat. Bibi bezog sofort Stellung neben ihrer Freundin. Außerdem kann man Jimmys Vorderläufe behandeln. Je früher sie etwas unternehmen, desto schneller kann er richtig laufen. Genau, übernahm wieder Tina. Sie müssen mit Jimmy nur zum Schmied nach Falkenstein. Herr Jahnke kennt sich mit solchen Fehlstellungen aus. Der alte Brummer wich überrascht einen Schritt zurück. Jahnke, murmelte er. Jahnke hat doch keine Ahnung von Pferden, brummte er im nächsten Moment. Ich finde schon raus, wo ihr Jimmy versteckt habt. Komm, Hanna. Siegfried Brummer schritt zur Tür, ohne sich ein weiteres Mal umzusehen. Hanna zögerte. Hilflos blickte sie Bibi und Tina an. Dein Großvater ist echt ein harter Knochen, sagte Tina. Aber wir kümmern uns um Jimmy, flüsterte Bibi. Versprochen. Außerdem hast du unsere Nummer. Wenn etwas ist, melde dich. Ja, das mache ich, sagte Hanna. Danke. Kein Problem. Bibi grinste aufmunternd. Wir kriegen das schon hin. Irgendwie. Hanna, kommst du, war die Stimme ihres Großvaters von draußen zu hören. Hanna nickte ihnen noch einmal zu. Dann folgte sie ihm. Auch Bibi und Tina verließen die Scheune. Sie schlossen die Tür und verriegelten sie. Sie sahen Hanna und ihrem Großvater nach, die sich auf dem Feldweg entfernten. Auch Siegfried Brummer ritt eines dieser großen, prächtigen Pferde, allerdings einen Rappen, während Hanna auf dem Braunen saß. Und was machen wir jetzt, fragte Bibi, einigermaßen ratlos. Erst mal nach Hause reiten, erwiderte Tina. Vielleicht hat Mutti eine Idee. Außerdem müssen wir Holger vom Bahnhof abholen. Auf dem Rückweg zum Martinshof waren beide schweigsam und in Gedanken versunken. Wie konnten sie Hannas Großvater bloß davon überzeugen, Jimmy behandeln zu lassen? Irgendeine Möglichkeit musste es doch geben. Plötzlich spürte Bibi etwas auf ihrer Nase. Etwas Feuchtes, Federleichtes landete dort. Etwas, das ganz leicht kitzelte. Bibi blickte auf. Es schneit, rief sie plötzlich. Tina, schau doch. Es schneit. Und so war es. Unzählige große Flocken schwebten vom Himmel herab. Die Pferde schnaubten aufgeregt. Es schneite. Der erste Schnee des Jahres. Für ein paar Augenblicke vergaßen Bibi und Tina alles andere und sahen voller Freude den tanzenden Schneeflocken zu. Als sie auf dem Martinshof ankamen, war Frau Martin gerade dabei, einen Butterkuchen zu backen. Aber Mutti, Tina schüttelte den Kopf. Wir haben doch jede Menge Plätzchen und Lebkuchen. Musst du da auch noch Kuchen backen? Ja, allerdings, das muss ich, entgegnete Frau Martin lächelnd, aber entschieden. Holger mag doch meinen Butterkuchen so gern. Es wird übrigens Zeit, dass ihr ihn abholt. Machen wir gleich, Tina nickte. Aber möchtest du gar nicht wissen, was wir herausgefunden haben? Das wollte Frau Martin natürlich. Und Bibi und Tina berichteten ihr, was passiert war. Wir finden schon eine Lösung, sagte Frau Martin zuversichtlich, als die beiden fertig waren. Heute Abend sprechen wir in Ruhe darüber. Vielleicht hat ja auch Holger eine Idee, wie wir diesen Siegfried Brummer überzeugen können. Bibi und Tina wollten gerade das Haus verlassen, als das Telefon klingelte. Ich geh ran, rief ihnen Tinas Mutter aus der Küche nach. Beeilt euch, sonst kommt ihr noch zu spät. Während Bibi und Tina die Ponys anspannten, musterte Bibi den Himmel. Unaufhörlich fiel der Schnee. Alles war inzwischen mit einer weichen, weißen Schicht bedeckt. Hoffentlich schaffen wir es überhaupt nach Falkenstein, sagte sie nachdenklich. Natürlich. Tina schwang sich auf den Ponywagen und lachte Bibi sorglos an. Einen Schneesturm wird es schon nicht gleich geben. Die beiden fuhren los. Der Anruf Hanna stand am Fenster ihres Zimmers. Was? Ratlos blickte sie hinaus. Dichter und dichter wirbelten die Flocken da draußen. Man konnte kaum noch etwas sehen. Immer grauer und düsterer färbte sich der Himmel. Bald würde es dunkel werden und eine weitere Nacht auf dem Hof lag vor ihr. Hanna trank einen Schluck Kakao, den sie sich soeben in der Küche gemacht hatte. Als seine Wärme sich in ihrem Magen auszubreiten begann, zwang sie sich zum Nachdenken. Ihr Großvater hatte ihr tatsächlich niemals geglaubt, dass Jimmy weggelaufen war. Er war ihr heute Morgen zur Scheune gefolgt und beinahe hätte sie ihn direkt zu Jimmy geführt. Wie gut, dass Bibi und Tina gestern zufällig dort vorbeigekommen waren und Jimmy mitgenommen hatten. Wenigstens war er auf dem Martinshof in Sicherheit. Und auf Bibi und Tina war Verlass. An Hannas Ohr drangen seit einiger Zeit Axtschläge. Ihr Großvater hackte Holz auf dem Hof. Plötzlich spürte sie, wie wütend sie auf ihn war. Sie hatte versucht, mit ihm zu reden. Ihm klarzumachen, dass Jimmy wieder gesund werden könne und ihn gebeten, das Fohlen behandeln zu lassen. Aber er hatte kein einziges Wort erwidert. Stattdessen war er hinausgegangen und hatte angefangen, Holz zu hacken. Hanna fühlte sich furchtbar einsam. Vielleicht konnte sie ja mit Bibi sprechen, fiel ihr ein. Bibi hatte ihr die Nummer des Martinshofes gegeben. Dort war es bestimmt viel schöner als hier. Und auch Jimmy war auf dem Martinshof. Vielleicht konnte sie sogar dorthin umziehen. Hanna griff in ihre Hosentasche. Bibis Zettel war noch da. Was für ein Glück. Sie stellte die Tasse auf das Fensterbrett und schon sprang sie die Treppe hinunter. Das Telefon stand auf der Kommode im Flur. Hanna nahm den Hörer ab und wählte die Nummer. Es klingelte. Dreimal, viermal. Susanne Martin meldete sich eine freundliche Stimme. Hanna erschrak. Sie hatte damit gerechnet, Bibi an den Hörer zu bekommen. Äh, kann ich Bibi sprechen? Fragte sie. Bibi Blocksberg. Bibi ist unterwegs, bekam sie zur Antwort. Kann ich ihr etwas ausrichten? Wer spricht denn da? In diesem Augenblick hörte Hanna die Haustür. Schon seit einer Weile waren die Axthiebe verstummt. Erst jetzt fiel es ihr auf. Ihr Großvater kam herein. Geräuschvoll trat er sich den Schnee von den Schuhen und Hanna knallte den Hörer auf die Gabel. Sie fühlte sich ertappt und hatte ein schlechtes Gewissen. Ohne ein Wort verschwand ihr Großvater in der Küche. Hanna hatte nicht die geringste Lust, ihm dort Gesellschaft zu leisten. Stattdessen ging sie langsam die Treppe hoch. Ihr Großvater hatte nicht einmal gefragt, mit wem sie telefonierte. Bestimmt war es ihm völlig egal, so wie ihm alles egal war, auch ob sie hier war oder nicht. Im Zimmer war es wieder eiskalt, aber Hanna hatte nicht die geringste Lust, den Ofen anzuschüren. Sie trank den letzten Schluck Kakao aus. Sie hatte keine Lust mehr, hier zu bleiben. Kurz darauf hörte sie die Haustür. Ihr Großvater war wieder nach draußen gegangen, vermutlich um weiter Holz zu hacken. Holz hacken war offenbar das Einzige, was ihn interessierte. Wieder spürte sie, wie Wut in ihr aufloderte. Warum hatte sie Frau Martin nicht einfach gefragt, ob sie auf den Martinshof kommen dürfe? Hanna beschloss gleich noch einmal dort anzurufen. Sie griff in die Hosentasche, aber der Zettel war weg. Hastig durchsuchte sie sämtliche Taschen. Hatte sie ihn etwa unten auf der Kommode vergessen? Sie erinnerte sich genau, wie sie den Zettel dort abgelegt hatte, während sie die Nummer gewählt hatte. Auf einmal setzte Hannas Herzschlag aus. Was, wenn ihr Großvater den Zettel gefunden hatte? Dann wusste er, wo Jimmy war. Denn neben der Telefonnummer stand auch die Adresse des Martinshofes. Hanna lauschte. Es war still. Mucksmäuschenstill. Keine Axtschläge waren zu hören. Hanna raste die Treppe hinab. Schon von Weitem sah sie, dass auf der Kommode kein Zettel mehr lag. Heute war der Tag, an dem ihr Großvater Jimmy wegbringen wollte, fiel ihr siedend heiß ein. Hanna stürzte zur Haustür. Vielleicht konnte sie ihn einholen. Und vielleicht konnte sie ihn noch umstimmen. Doch die Tür war abgesperrt. Verzweifelt trommelte Hanna mit den Fäusten dagegen. Holger kehrt heim. Bibi und Tina saßen auf einer Bank in der Bahnhofshalle von Falkenstein und blickten auf den Bahnsteig hinaus. Holgers Zug hatte Verspätung. Seit einer halben Stunde warteten sie schon. Inzwischen hatte sich der Himmel grau, stellenweise sogar dunkelgrau, gefärbt. Und unentwegt wirbelten die Flocken herab. Endlich kündigte die Lautsprecherstimme den Zug an. Die beiden traten auf den Bahnsteig hinaus und gleich darauf sahen sie den Zug einfahren, der mit kreischenden Bremsen anhielt. Holger stieg aus und humpelte ihnen entgegen. Hallo, Bruderherz. Tina begrüßte ihn mit einer festen Umarmung. Wie schön, dass du extra zurückkommst, um mit uns Silvester zu feiern. Mutti freut sich total. Na, ich hoffe ihr auch, erwiderte Holger mit einem breiten Grinsen. Ich musste dem Arzt versprechen, in den nächsten Tagen auf keinen Fall Ski zu fahren. Er hat mir eine Bandage verpasst und meinte, das Beste wäre, die Beine hochzulegen und mich verwöhnen zu lassen. Dann bist du hier ja genau richtig, sagte Tina. Die drei durchquerten die Bahnhofshalle. Kurz darauf saßen sie auf dem Ponywagen und fuhren los. Der Schnee fiel immer dichter. Tolles Wetter hier, meinte Holger und kniff die Augen zusammen. Dieses Jahr wird wohl endlich wieder das Winterfest stattfinden. Daran hatten Bibi und Tina in der Aufregung der letzten Tage gar nicht mehr gedacht. Sofort erzählten sie Holger die Geschichte mit Jimmy. Hm, meinte Holger. Den alten Brummer kenne ich. Seit seine Frau gestorben ist, hat er sich total verändert. Er lässt niemanden mehr an sich ran. Aber das Fohlen werde ich mir gleich mal ansehen, wenn wir zu Hause sind. Als sie auf den Hof fuhren, kam Tinas Mutter aus dem Haus gelaufen, als hätte sie am Fenster gestanden und auf sie gewartet. Sie sah sehr besorgt aus und kaum hatte sie ihren heimgekehrten Sohn begrüßt, meinte sie zu Bibi und Tina, der alte Brummer war da. Was? Bibi fuhr der Schreck in die Glieder. Die ganze Zeit über hatte sie geahnt, dass etwas nicht stimmte. Er ist mit dem Schlitten über die Felder gekommen und hat Jimmy mitgenommen. Er sagte, er will ihn nach Falkenstein bringen. Bibi und Tina sprangen vom Kutschbock. Wann war das, Mutti? Erkundigte sich Tina. Vor 20 Minuten vielleicht, erwiderte Frau Martin. Ich konnte ihn nicht länger aufhalten. Jimmy gehört ihm schließlich. Aber ich habe Hanna versprochen, dass wir auf Jimmy aufpassen, rief Bibi. Wir müssen ihn unbedingt zurückholen, Tina. Tina nickte nur. Aber wie denn, fragte Frau Martin, bei diesem Schneesturm. Sie hatte recht. Inzwischen wirbelten die Flocken so dicht herab, dass man kaum einen Meter weit sehen konnte. Mit Jimmy kommt er nur langsam vorwärts, sagte Tina. Auf Amadeus und Sabrina können wir ihn einholen. Eilig rannten die beiden Mädchen zum Pferdestall. Der Unfall Siegfried Brummer kannte sich in der Gegend aus. Er war in Falkenstein geboren und aufgewachsen und schon als Kind auf sämtlichen Pfaden, Feld- und Schleichwegen unterwegs gewesen. Doch einen solchen Schneesturm hatte er noch nie erlebt. So dicht wirbelten die Flocken um ihn herum, dass er keine paar Meter weit sehen konnte. Eiskalte Sturmböen fegten über das Land. Wo der Weg verlief, war nicht mehr zu erkennen. Genau genommen gab es keine Wege mehr. Der Schnee deckte alles zu. Aber Siegfried Brummer hatte zugesagt, das Fohlen heute abzuliefern. Und daran würde er sich auch halten. Die Frau, die Jimmy kaufen wollte, zahlte gut. Und das war die Hauptsache. Genau wie sein Vater und sein Großvater war Siegfried Brummer Pferdezüchter. Er lebte davon, Pferde zu verkaufen. Früher waren seine Pferde in der ganzen Gegend begehrt gewesen. Von weit her waren die Bauern gekommen, um sie zu kaufen. Seine Noriker waren stark und unermüdlich bei der Arbeit im Wald und auf den Feldern. Mit ihrem ruhigen Temperament waren sie auch hervorragende Reit- und Kutschpferde. Aber die Traktoren, Mähdrescher und Maschinen hatten sie verdrängt. Niemand brauchte seine Pferde mehr. Nur noch selten verkaufte er ein Tier. Und ein Pferd mit krummen Beinen wie Jimmy würde er niemals loswerden. Er musste diese Gelegenheit nutzen. Er hatte Jimmy hinten am Schlitten angebunden und der Kleine trottete tapfer hinterher. Seine Mutter Mathilda war ein Pferd, mit dem man sich selbst in den schlimmsten Sturm wagen konnte. Unverdrossen stapfte Mathilda vorwärts. Sie zog den Schlitten, wie sehr es auch stürmte und wirbelte. Doch plötzlich blieb Mathilda stehen. Siegfried Brummer erhob sich von seinem Sitz. Er beugte sich nach vorne und kniff die Augen zusammen. Gab es einen Grund, warum Mathilda anhielt? Doch nichts war zu sehen. Nichts als Schnee. Bald würde die Dämmerung hereinbrechen. Eine Stunde noch, dann war es finster. Er musste sich beeilen. Siegfried Brummer wischte sich den Schnee aus den Augen. Los, Mathilda, weiter! Er schnalzte ungeduldig mit den Zügeln. Die Stute zog wieder an. Sie wechselte von Schritt in den Trab und plötzlich passierte alles sehr schnell. Der Schlitten sackte steil nach unten. Siegfried Brummer verlor das Gleichgewicht und wurde in hohem Bogen über den Kutschbock geschleudert. Auf einmal, im Bruchteil einer Sekunde, begriff er, was passiert war. Er hatte einen Graben übersehen. Deswegen war Mathilda stehen geblieben. Kopfüber stürzte Siegfried Brummer neben die Deichsel des Schlittens. Er spürte einen harten Schlag gegen den Schädel. Trotzdem schaffte er es, sich wieder aufzurappeln. Auf allen Vieren kroch er aus dem Graben. Erschöpft, blieb er oben liegen. Es gelang ihm kaum, den Kopf zu heben und sich umzusehen. Der Schlitten steckte im Graben fest. Mathilda konnte weder vor noch zurück. Jimmy dagegen stand an seinem langen Seil auf der anderen Seite des Grabens. Umwirbelt von Schnee. In diesem Moment wierte Mathilda laut und Jimmy begann an seinem Strick zu zerren. Doch der Strick hielt. Plötzlich stieg das Fohlen auf seine Hinterbeine. Mit aller Kraft warf Jimmy sich gegen den gespannten Strick. Wieder und wieder, bis der Strick tatsächlich riss. Das Fohlen blickte um sich. Dann stapfte es los. Mitten hinein in das Schneegestöber. Siegfried Brummer versuchte aufzustehen. Er musste Jimmy wieder einfangen. Er musste ihn nach Falkenstein bringen. Doch sein Kopf schmerzte. Plötzlich wurde ihm übel. Die Sicht verschwamm und alles drehte sich. Mit einem Stöhnen sank Siegfried Brummer zurück in den Schnee. Um, dass auch gehört. Er wurde release mit einem Stöhnen.